Aloha, Aloha meine Zaubermenschen. Ich hoffe, ihr seid gut in die Woche gestartet, wenn ihr das hier seht. Und ich freue mich riesig für euch, diese Karten zu legen. Es kommt energetisch gesehen langsam ein bisschen Entspannung rein, was ja, wie ihr wisst, nicht unbedingt heißt, dass jetzt unbedingt alles entspannt wird. Aber wir haben zumindest nicht mehr so krasse Portaltage diese Woche. Wir haben nicht zu viele rückläufige Planeten. Also wir haben aktuell nur noch den Merkur rückläufig. Das ändert sich aber ab Mittwoch dann wieder, beziehungsweise Mittwoch auf Donnerstag. Und der Uranus ist noch rückläufig bis 23. Januar. Also es ist noch machbar. Der Uranus, der lässt uns immer wieder reinfühlen, Risiko versus Sicherheit. Also immer wieder reinschauen, ist es wert, das Risiko zu machen oder suchen wir lieber Sicherheit. Also das wird gefördert. Das heißt, wenn du gerade in Lebenssituationen bist, wo es darum geht, ob du jetzt mehr ins Risiko gehen sollst oder mehr in die Sicherheit suchst, dann wird das vom Uranus so ein bisschen gefördert, dass du dich diese Frage stellst. Was du darauf antwortest, wofür du dich entscheidest, obliegt natürlich ganz in deiner Kraft. Genau. Und dann haben wir hier noch eben am 21. Also das hier ist das Reading vom 16. bis 22. Januar. Und am 21. haben wir einen Neumond. Das heißt, zum Ende der Woche hin wird es dann einen Neumond geben, der energetisch uns wieder einen schönen Neuanfang. Ich fand, der letzte, den wir im Dezember hatten, der war auch sehr, so ein bisschen befreiend fühlte der sich an. Und der jetzt fühlt sich so, ja, so ein bisschen so dieses Aufregung auf das Neue, was kommen darf. Ja, und da ist, ihr wisst von mir immer wieder, es ist, eigentlich ist jeder Tag wie ein Neubeginn. Deswegen fühlt mal für euch rein, was könnte für dich jetzt mal anders sein? Was darfst du, für was kannst du dich jetzt neu anders entscheiden? Ja, das jetzt mal zu den allgemeinen Energien für die kommende Woche. Und ihr wisst, wie immer, möchte ich euch natürlich im Vorfeld noch teilhaben lassen an meinen aktuellen Projekten. Deswegen, wer es noch nicht mitbekommen hat, aktuell läuft noch der Awaken-Kongress. Der läuft, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, noch bis Mittwoch. Das heißt, ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, diese wunderbaren Interviews zu sehen zum Thema Awaken, raus aus der Abhängigkeit, rein in die Unabhängigkeit. Das sind wunderbare Themen, wo ich auch gesagt habe, da geht es um unsere Mindset-Thematik. Und gerade für Empathen und Hochsensible, finde ich, ist es ganz, ganz wichtig, eben in dieses Bewusstsein reinzukommen für sich selbst. Mein Interview hat leider schon stattgefunden, aber wenn du es noch mal nachgucken möchtest, kannst du es in dem machen, indem man sich eben das Kongress-Paket holt. Und genau, aber wie gesagt, der Kongress läuft jetzt aktuell noch. Das heißt, schaust dir doch einfach mal an, lass dich inspirieren von wunderbaren Coaches, die aktuell einfach mit dem Thema sich befasst haben. Da hat der Thomas wirklich einen wunderbaren Kongress zusammengestellt. Und passend dazu, wenn der vorbei ist, geht schon der nächste Kongress los, nämlich Coaching-Methoden mit Herz. Da wurde ich von der lieben Bettina interviewt zum intuitiven Ho'oponopono. Das ist so von mir eine kreierte Methode, also nicht ganz. Sie kommt aus dem Ho'oponopono, ist aber von mir ein wenig abgeändert worden, weil es ein paar Elemente gab im Ho'oponopono, die mir so gefehlt haben. Und durch das Dazulernen vom Ho'oponopono Keala, beziehungsweise durch mein eigenes Lernen mit dem Ho'oponopono, mit der Anwendung von Ho'oponopono mit meinen eigenen Klienten, hat sich da einiges geändert. Und darüber habe ich mit der lieben Bettina gesprochen. Und ich meine, wenn ich mich richtig erinnere, wir haben sogar darüber gesprochen, wie man dieses intuitive Ho'oponopono für sich anwendet. Ich finde, es ist eine super simple, also wenn man sie anfängt mal anzuwenden, kann sie sehr intensiv sein. Aber von der Methodik her ist es relativ simpel, so wie ich es ja gerne von den Hawaiianern habe. Und deswegen freue ich mich, wenn ich sie euch ans Herz legen kann. Coaching-Methoden mit Herzkongress, das ist so ein Kongress, den hat die Bettina zusammengestellt, wirklich für Menschen, die sagen, hey, ich möchte gerne sehen, was es noch so für verschiedene Coaching-Methoden gibt. Schaut da einfach mal rein. Ganz, ganz wunderbare Coaches sind dort zusammen. Und genau, und wenn ihr da Lust habt, schaut es euch mal an. Auch hier wieder während der Laufzeit ist der Kongress kostenfrei und läuft bis 25. Also er startet am 19. und geht bis 25. Januar. Also man kann schön übers Wochenende gucken. Und genau, da bin ich auch vertreten. Genau, das sind so die zwei wichtigen für die kommende Woche und immer noch für wer von euch Lust hat, wirklich ins Tun zu kommen, Selbstermächtigungs-Challenge. Die startet dann eine Woche später am 30. Januar. Also Selbstermächtigungs-Challenge, das habe ich gemeinsam mit der Tanja Hummel gemacht und mit der Christine Tauch, wo wir gemeinsam in das Thema reingehen, Selbstermächtigung, ja, also energetische Selbstermächtigung, körperliche Selbstermächtigung, spirituelle Selbstermächtigung, also wie man sich einfach sich selbst in diese Selbstermächtigung hineinstellen kann. Und es ist eine Challenge geworden, weil wir wollten einfach, dass es ums Tun geht, dass wir wirklich ins Machen kommen. Und genau, das ist so unser Projekt aktuell, wo wir sagen, hey, da wollen wir euch dabei unterstützen, wirklich so ins Jahr zu starten, mit dieser Selbstermächtigung in das Jahr 2023 zu starten. Also wer von euch Lust hat, auch da findet ihr alle Links unterm Video beziehungsweise in den Shownotes beim Podcast. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich sonst noch irgendwas habe. Nicht, dass ich irgendwas vergessen habe, aber ich glaube, das ist ganz gut, glaube ich jetzt. Ansonsten lege ich euch einfach alle Informationen unter das Video. Das ist immer am einfachsten. Ja, dann lasst uns mal starten. Wie immer habe ich natürlich hier oben die allgemeinen Karten. Und zwar haben wir hier links von hier links haben wir den Neumond. Also das ist die Botschaft des Neumondes. Und hier rechts haben wir die allgemeinen Karten für uns alle. Und dann haben wir für die von euch, die per Audio zuhören und nicht sehen können, haben wir links die Regenbogenblume, in der Mitte die lilane Blume und rechts die weiße Blume. Fühlt mal für euch rein, macht auch gerne, pausiert das Ganze, wenn ihr wollt, gerne auch kurz. Und fühlt mal rein, welche der drei Blumen, ja, welche und wie viele der drei Blumen euch ansprechen und sagen, okay, das ist jetzt die, die für mich spricht, mit der ich gerne weitermachen möchte. Ja, genau. Und damit ihr einfach eure persönliche Botschaft dann wisst. Ich starte dabei, also ihr könnt gerne, wie gesagt, das Video oder das Audio pausieren. und ich starte schon mal mit den allgemeinen, beziehungsweise ich starte heute mit den Neumond Karten, was uns der Neumond als Botschaft mitbringen möchte und als Impulse für diese Woche. Und wir starten mit Also, erwarte Wunder. Das ist doch, wenn die Woche schon so losgeht. Danke, lieber Neumond. Erwarte Wunder. Also, der Neumond bringt uns Wunder. Erinnere dich daran, dass nur Liebe wirklich real ist. Wunder werden ganz auf natürliche Art und Weise passieren. Denn die geistige Welt hat, has your back, also die geistige Welt steht hinter dir. Wunderschöne Karte, muss man fast nichts mehr dazu sagen. Also, ein Fokus, den wir nächste Woche, also mit dem Neumond, also das heißt nicht nur nächste Woche, sondern wirklich auch, das sind dann so diese Neumond Zeit, also diese wachsende Zeit des Neumondes, wirklich dieser zwei Wochen im Endeffekt mitzunehmen, bis der Vollmond kommt. Passend zur Mondenergie, Hina, Göttin des Wassers, achte auf deine Träume und Eingebungen, alles fließt und vertraue. Also, achte auf deine Träume und Eingebungen, das heißt achtsam sein mit dem, was von der geistigen Welt als Information kommt. Schöne Karte, hier von den Drachen haben wir Magnetfarbener Drache, befähig dich, die Weisheit deiner Seele zum Ausdruck zu bringen. Wecke deine Seelenerinnerung und dein höheres spirituelles Verständnis. Bereite dich auf einen beschleunigten Ausstieg vor. Also, wie gesagt, bei der Karte brauche ich eigentlich nichts weiter dazu zu sagen, also wirklich hinzufühlen, was aus dir herauskommen möchte, also was kreiert werden möchte, also dieses noch mehr, ach, deswegen sage ich immer, es ist so wichtig, dass wir achtsam mit uns selbst sind, ja, also wirklich den Fokus weg von den anderen, auf uns selbst zu legen und da dann zu fühlen, was möchte aus mir heraus, ja, deine Seele möchte sich hier mit dir zum Ausdruck bringen und dieser Neumond möchte dich daran erinnern, dass du da drauf achten darfst, ja, was aus dir heraus in den Ausdruck gebracht werden möchte. Dann haben wir hier Starkeeper, Cosmic Ancestors, Seat the Light by Staying Grounded, ja, also Starkeeper, Cosmic Ancestors, Seat the Light by Staying Grounded, also, achte darauf, dass du geerdet bleibst, aber verbinde dich in dieser, innerhalb dieser Erdung mit deinen kosmischen Vorfahren, ja, also mit dem, was deine kosmischen Vorfahren sind. Ich glaube, da habe ich schon öfters was dazu gesagt, aber kosmische Vorfahren, im Endeffekt deine Seelen vorfahren, ja, die da sind zum Unterstützen, genauso, dass sie gehören auch zu den geistigen Helfern, die uns immer wieder unterstützen und Seat the Light by Staying Grounded, also das heißt immer so, äh, äh, nee, wie heißt das? Sähe das Licht, indem du geerdet bleibst, ja, weil durch deine Erdung bringst du das Licht in die Erde, ja, dadurch sind wir der Kanal, der das Licht hier reinbringt. Schönes Bild, was wir da auf jeden Fall haben und dann haben wir hier noch von den Superattractor-Karten. When I merge my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. When I merge from my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Ja, also wenn ich meine Wunsch auf den Glauben basiere, dann kann ich ins Tun kommen aus einem Raum des Friedens anstatt aus einem Raum der Kontrolle. Und das ist so, so eine schöne Erinnerung. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Neumund, für diese Erinnerung, weil uns immer wieder daran zu erinnern, wenn wir aus dem Glauben heraus agieren, ja, wenn wir aus dem Glauben heraus etwas tun, dann ist es eher aus diesem Friedvollen und nicht aus diesem, ich muss doch jetzt kontrollieren, was passiert, ja, weil es reicht, dass wir genug kontrollieren, aber gerade was unser eigenes Schicksal angeht, oder nicht nur Schicksal, sondern das, was wir uns wünschen, was wir kreieren wollen mit dem Universum, desto mehr wir versuchen es zu kontrollieren, desto weniger wird es funktionieren, desto mehr wir aber in den Glauben hineingehen, dass wir daran glauben, dass es passiert, ja, und mit Glauben meine ich einfach nur deinen Glauben, woran auch immer du glaubst, ja, glaub an deine geistigen Helfer, an deine, an das Universum, an wen auch immer du glaubst, glaube daran und, ähm, und fühle, glaube und fühle und vertraue und desto mehr du das tust, desto mehr werden deine Aktionen, also deine Actions, wie sagt man auf Deutsch, dein, ja, die Dinge, die du machst, die du tust, werden aus diesem Raum des Glaubens und des Friedens herauskommen und eben nicht in dieser Kontrollenergie sein, ja, und wenn wir etwas in der Kontrollenergie haben oder beziehungsweise dann nicht haben, bringt es uns natürlich viel, viel weiter, was solche Sachen angeht, wie wenn wir ständig versuchen, es zu kontrollieren. Das jetzt mal zu den Karten, also vielen Dank, lieber Neumond, dass du uns hier diese Unterstützung gibst, dass du uns da hilfst, da noch mehr voranzukommen. so, dann schauen wir uns mal an, was die Allgemeinkarten für diese Woche sagen und da haben wir hier The Shekinah, Sacred Self, unleash your spirit, express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. Also für diese Woche dürfen wir darauf achten, auf unseren Spirit noch mehr rauszulassen. Ich finde es so spannend, weil das gehört ja hier auch wieder, unsere Seele, das was unsere Seele zum Ausdruck bringen möchte, was wir vorhin hatten. und das passt auch hier dazu, das heißt, unsere Seele, unser Spirit möchte sich zeigen, unsere Geschenke, unsere Gaben möchten sich zeigen und Dance to the Sacred Rhythm of Life, das ist so dieses Tanze zum Rhythmus des Lebens, fühle den Rhythmus des Lebens und tanze dazu. Also eine schöne Karte, die uns hier auch nochmal dazu bittet. Also diese Woche ist es wichtig für uns selbst da rein zu fühlen beziehungsweise loszulassen und uns zu erlauben, diese Geschenke zu geben und wenn wir das nicht in der Lage sind, das zu geben, dann frag dich vielleicht, was ist da los, was könnte vielleicht im Weg stehen und dann schau dir, ist es wichtig, dir das anzugucken. Okay, erledigt, lasse vergangene Situationen ruhen. Es geht auch ums Loslassen in dieser Woche. Ja, also was kannst du für dich abschließen und sagen, okay, jetzt ist rum oder vielleicht auch tatsächlich dieses, wer weiß was für Situationen diese Woche auf dich zukommen, wo aber dann vielleicht, wo du vielleicht das Gefühl bekommst, du musst irgendwas Altes wieder aufrollen. Diese Woche ist kein guter Zeitpunkt dafür. Vielleicht die Woche drauf oder vielleicht später, irgendwann mal, aber diese Woche würde ich davon abraten und es einfach nicht tun, um das Alte rauszuholen. Außer es handelt sich bei dem Alten dabei, also anders. Außer, ich versuche gerade ein Beispiel zu überlegen, aber weil mir das gerade gekommen ist. Es gibt bestimmt Ausnahmen, wo es heißt, dass es okay ist, eine vergangene Situation raufzuholen, aber auch nur, weil der Grund darüber eben nicht das ist, dieses Vergangene rauszuholen. Das ist jetzt gerade kompliziert, aber vielleicht hat es irgendein von euch einen Impuls gegeben und ihr versteht, was ich gerade in diesem Kopfsalat in meinem Kopf meine. Aber ich würde auf jeden Fall im Allgemeinen für die kommende Woche darauf achten, wenn dich irgendjemand triggert oder so oder du das Gefühl hast, du musst jetzt in eine Diskussion reingehen oder du möchtest gerne ein Thema aufarbeiten, vielleicht auch, was in der Vergangenheit ist. Ich will dir damit nicht sagen, dass du es nicht tun sollst, sondern ich würde nur sagen, diese Woche sind die Energien einfach nicht super, also sind da vielleicht nicht ganz zu unterstützen. Wie immer, fühle immer rein, weil es gibt immer Ausnahmen. Wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann tue es, aber fühle wirklich rein, ob es der richtige Zeitpunkt ist. Also das ist für mich so eine Karte, die uns ganz viel auch über Zeitpunkt sagt. Natürlich, wo du kannst, wenn du merkst, hier ist irgendwas Altes und jetzt ist einfach Zeit, es loszulassen, lass los. Also das wird unheimlich unterstützt, wirklich alte Sachen loszulassen. Aber wenn es darum geht, wieder, ich glaube, jetzt kommt langsam die Klarheit zu dem, zu meinem Salat von gerade eben. also wirklich dieses, wenn es ums Loslassen geht, ist es okay, es loszulassen. Es nochmal raufzuholen, um es zu bekämpfen oder vielleicht, weil einfach noch was geheilt werden darf, dann würde ich einfach jetzt erstmal nochmal warten, ein wenig. Heißt nicht, dass du es nicht machen sollst, vielleicht ist es kurz nach dem Neumond vorbei und du kannst loslegen, aber sei sehr achtsam mit dir selbst und zwing dich nicht. Also wie gesagt, fühlt rein, lasst los, wo es möglich ist, aber zwingt euch nicht, weil wenn es gerade noch nicht möglich ist, dann will vielleicht einfach noch was geheilt werden und dann darf das auch noch ein bisschen brauchen. Dann haben wir hier die von den Drachen, goldener Sonnendrache, hilft dir mit Weisheit in deiner männlichen Kraft zu stehen. Aha, die männliche Energie werden wir diese Woche brauchen, lass es zu, dass deine DNA neu programmiert und die Lichtcodes aktiviert werden und werde ein inspirierter Anführer. Ich finde das sehr, sehr schön, weil das passt so zu dieser Energie, ja, der Neumond kommt dann und ist dann durch. Wir haben, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut, aber bei uns war letzte Woche ziemlich krasses Wetter und jetzt merkt man so, jetzt kommt endlich wieder Lichtcodes, ja, es können Lichtcodes überhaupt zu uns kommen und können die Weisheit da mitbringen, diese Neuprogrammierungen, die wir jetzt dann zulassen können mit dieser Woche. Also ganz, ganz schön. Dann haben wir hier von den Starseed-Karten Cracked, open, rock bottom, surrender to the alchemy of life. Also auch das kann passieren, dass wieder Momente sind, wo du dir einfach denkst, super du Universum, du, ich habe so viel gemacht und getan und nichts funktioniert und nichts geht und ständig wollte ich das und das machen und ständig wollte ich das und das machen und jetzt geht gar nichts und es geht immer noch nichts und das ist so ein Moment, das Cracked open, rock bottom, ich liebe dieses Wort auf Englisch, es ist einfach dieser Moment, wo du sagen kannst, okay, Moment, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Ich gehe einfach mal in die Hingabe, liebes Universum, mach, was du willst, weil anscheinend, wenn ich versuche, mit meinem Kopf, ja, hier was zu bestimmen, dann funktioniert es nicht ganz. Deswegen gebe ich mich jetzt einfach mal hin. Ganz, ganz wunderbare, also auch wenn es sich in dem Moment schmerzhaft oder auch wehtun kann, es sind Momente der krassen Transformation manchmal, weil wir Menschen einfach Menschen sind und manchmal sind wir einfach, brauchen wir so ein krasses Tief, um überhaupt voranzukommen, ja. Genau, dann haben wir, oh, dann haben wir mehr, hier, Appreciation dissolves our blocks to the presence of my super attractor power. Ich liebe es, wenn es immer wieder kommt, wichtig auch hier, nicht nur morgens mal eben fünf Minuten und abends mal eben fünf Minuten, sondern verteilt es wirklich auf euren Tag, die Dankbarkeit immer wieder rein zu üben. Boah, ich bin so dankbar für das, für die wunderbaren Dinge bei mir, ich bin so dankbar für die wunderbaren Erlebnisse mit meiner Familie, ich bin so dankbar für die wunderbaren Kollegen, die so wunderbar, mit denen ich so super zusammenarbeiten kann, ich bin so dankbar für meine wunderbaren Kunden und ich bin so dankbar für meine Gesundheit und für das schöne Wetter und so weiter, ja. Also ihr wisst, ihr merkt das schon und desto öfters ihr das einfach übt, desto mehr unterstützt es euch, ja. Das ist das, das ist nicht so was Ausgelötsches, sondern es ist ein unterstützendes Werkzeug. The universe has big plans for me and it's time to claim them. Yes! Das Universum hat große Pläne für dich, für mich, also, ne, also für dich und es ist Zeit, diese zu, ähm, einzufordern, ja. Das heißt, finde ich immer, dieses Einfordern, das heißt, steh noch mehr in deiner Vision, steh noch mehr in dem, wo du gerne hin, wo möchtest du denn hin und, wie sagt man so schön, committe dich dazu, dem auch zu folgen, deinem Ziel zu folgen, ja. Committe dich dazu, mach es endlich, ja. Nicht nur bla bla, sondern welchen ersten kleinen Schritt kannst du machen, ja. Nicht immer das gleiche große sehen, dass man dann überwältigt ist, sondern brich es runter in kleinere Schritte. Welchen kleinen, welchen einen Schritt kannst du heute tun, ja. Super schön. Tolle Karten für diese Woche. Ganz spannend, was da so auf uns zukommt. Ähm, bin ich schon sehr gespannt, was es uns da zeigen möchte und ich lege sie mal hier ein bisschen offen hin. Dann gehen wir jetzt rüber in die persönlichen Readings. Wen haben wir denn da? Wir fangen an mit der Regenbogenblume. Wenn dich die Regenbogenblume angesprochen hat, ist das jetzt deine persönliche Botschaft der Karten. Und wir haben hier Diana, Focused Intention. Think about what you desire. Set your sights high. Set your sights high. Expect the best possible outcome. Ja. Also, fokussierte Intention. Ihr wisst, das ist auch etwas, was ich liebe, weil ich liebe Intentions, alles mit Intention zu machen. Denke darüber nach, über was du gern dir wünschst, ja. Setze dir hohe Ziele, ja. Und erwarte das beste, bestmögliche Ergebnis daraus. Braucht man gar nicht viel mehr zu sagen. Es ist eine schöne Anleitung, um in den Fokus zu gehen und um in, wie sagt man, in den Fokus zu gehen der Manifestation, der Vision, was du dir wünschst in deinem Leben und setze die Ziele auch hoch genug, ja, weil wir zu oft unsere Ziele nicht hoch genug setzen. Aumakur, die Ahnen sind dabei. Oh, wie schön, dich begleiten die Ahnen, das hohe Selbst. Ich liebe Aumakur. Ich ehre euch, Aumakur, die ihr vor mir kamt und meinen Weg geebnet habt. Lichtvolle Ahnen unterstützen dich. Also, die Aumakur sind da. Aumakur ist der spezielle Name für die Ahnenenergie und sie sind Teil der Kupuna, ähm, der geistigen Helfer, die immer für uns da sind und diese Woche dich speziell mit der Regenbogenblume, dich speziell darauf zu fokussieren. Du hast wunderbare Ahnen, die hinter dir stehen, die dich unterstützen wollen und es, du brauchst im Endeffekt nur danach zu fragen, aber, und das finde ich eben auch so schön, sie haben dir deinen Weg geebnet, ja, dass du heute da bist, wo du bist, ja, ohne sie wäre das nicht gegangen, egal ob gut oder schlecht, aber was auch immer sie gemacht haben, hat dazu geführt, dass du heute hier bist und das ist einfach ein Geschenk und sie sind da, um dich noch mehr zu unterstützen. Dann haben wir, upala, dann haben wir Your Life is a Canvas Artist Manifestation Creative Accountability, also das passt hier zu deiner Intention, zu deiner Manifestationskraft, dein Leben ist ein Canvas und das finde ich immer sehr schön und gerade passend zu dieser Karte, ja, weil wir unsere Visionen setzen und dabei aber oft vergessen, dass unser ganzes Leben ja der Raum ist, aus dem das Universum schöpft, um für uns zu schöpfen und es hilft nichts, wenn ich morgens und abends, so wie ich vorhin erwähnt habe, für die Dankbarkeit, morgens und abends mal fünf Minuten in meiner Vision bin, ja, und dann den Rest der Zeit im Mangeldenken bin. Das geht nicht, das kann ich sowieso nicht oder so und so wird es eben nicht passieren, ja, deswegen, dein ganzes Leben ist ein Canvas, also dein ganzes Leben ist ein, wie sagt man, eine Leinwand, das heißt, jeden Moment, also ich, und auch hier bitte, natürlich mit so wenig Druck wie möglich, immer wieder, wenn du kannst, bring es in dein Leben, deswegen habe ich auch bei der Dankbarkeit gesagt, nicht nur morgens und abends, die fünf Minuten, sondern mach es dir zur Übung, dass du wirklich den ganzen Tag über immer wieder in Momente reingehst, immer wieder deine Vision siehst, wo du gerne hin möchtest und immer wieder in die Dankbarkeit reingehst und dadurch wirst du es noch mehr anziehen können und kreativer werden und dann haben wir hier von den Superattractor Karten Wanting more for others puts me into an energy of abundance wenn ich noch mehr für andere will und das ist eben dieses Unterstützen der Energie, ja, wenn ich andere Menschen mit unterstützen möchte, dass sie auch großartig werden, dass sie, oder vielleicht sogar großartiger werden, dass sie tolle Erfolge haben, dann ist das ganz, ganz spannend, weil es uns in eine eigene, wie sagt man, Energie der Fülle bringt, ja, also das ist für dich wichtig, wenn du, wenn dich die Regenbogenblume angesprochen hat, dann machen wir weiter für die lila in der Blume, wenn dich die angesprochen hat, dann sind hier deine Botschaften, Ser Nuno's Life Force, Express your driving passion, Sensual and sexual powers are increased, also für mich die, der wichtigste Satz auf dieser Karte, Express your driving passion, ja, also zeige deine Leidenschaft und das passt auch hier zu den Punkten, wo es ja darum ging, dass wir noch mehr unsere, wie sagt man, unsere Seele sich ausdrücken möchte, ja, und sie drückt sich aus, auch unter anderem auch über unsere Leidenschaft, ja, und du darfst hier wirklich auf deine Leidenschaft achten, wofür bist du leidenschaftlich, wofür brennst du, ja, das ist dein, dein Thema diese Woche, da darfst, dem darfst du noch mehr folgen, Q, unteres Selbst, vertraue deiner inneren Führung, achte auf Signale, Zeichen und Eingebungen, bitte Q um die richtige Handlung, ja, also Q ist eben unser unteres Selbst, für mich ist das, für mich fühlt, hat sie, als ich das am Lernen war, habe ich für mich das Q als das Unterbewusstsein mit reingenommen und das Unterbewusstsein ist ganz wichtig, weil das Unterbewusstsein trägt all unsere Erinnerungen, ja, alles was wir früher hatten und diese, diese Führung und diese Signale und Zeichnungen können uns auch helfen, ja, Situationen besser zu meistern, Situationen zu erkennen, beziehungsweise eben, indem ich mich mit dem, mit meinem unteren Selbst auch nochmal verbinde, erkenne ich vielleicht auch die Blockaden, die dazwischen stecken, ja, und auch da gibt es Zeichen und Eingebungen, die wir wahrnehmen können, wenn wir uns damit auseinandersetzen, ja, also bitte dein Q diese Woche um Unterstützung, dann haben wir für dich, die Cosmic Heart, Devotion Potency, Make Your Life A Moving Prayer, ja, also im Gegenzug zu da, haben wir ja den Canvas gehabt, die Leinwand, in deinem Fall, mach es, mach dein Leben zu einem Gebet und das finde ich so spannend, weil Gebet ist auch so glaubensunabhängig, ja, es hat mit so, also es hat nicht mit Glaubensrichtung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass du wirklich das noch mehr für dich integrierst, also dieses Beten, Liebes Universum, hilf mir mit, Liebes Universum, unterstütz mich damit, Liebes Universum, ich brauche das, dieses oder jenes und nicht nur so, sondern sogar diesen einen Schritt weiter zu gehen, dass ich auch danach handle, ja, also es geht nicht, dass ich sage, hey, Liebes Universum, ich hätte gern mehr Fülle in meinem Leben und im nächsten Moment bin ich aber sofort im Mangel und will, will, wie sagt man, zähle jeden Cent nach und will da, achte auf, auf überall wo, wie viel Geld ich wo ausgebe und wie viel ich schon wieder ausgeben muss, also es ist ein Unterschied, ob ich ständig mir meine Rechnungen angucke, die ich ausgeben muss, ja, was wichtig ist, ist ja auch okay, aber bin ich dann ständig in dieser Energie, oh, ich muss schon wieder eine Rechnung ausgeben oder bin ich eher mit meiner Aufmerksamkeit bei den Themen wie, hey, da ist jetzt wieder Geld reingekommen, da ist jetzt Geld wieder reingekommen, ja, das hat eine ganz, ganz andere Energie und das ist Teil dieses bewegten Gebet, ja, dich immer wieder darauf zu achten, wo, wo rede ich mir was denn ein, ja, und vielleicht umzuwandeln, das umzuwandeln, was ich in mir habe, ja, die Sätze, die ich mir selber sage, true manifesting, true manifesting is about receiving what is of the highest good for all, ja, also echte Manifestation hat damit zu tun, dass das höchste Gut für alle zu erhalten, ja, true manifesting is about receiving what is of the highest good for all, wahre Manifestation hat damit zu tun, dass das höchste Gut für alle zu bekommen und das finde ich so wunderschön, ja, weil auch da, das hilft uns in dieses Vertrauen reinzugehen und für dich diese Woche darauf zu achten, in dieses Vertrauen reinzugehen, dass das Universum gibt dir genau das Richtige immer, es gibt dir immer das Richtige, ja, wenn du es aber anders haben möchtest, dann musst du vielleicht an deiner Kommunikation mit dem Universum nochmal arbeiten, wunderschön, ja, wenn dich die weiße Blume angesprochen hat, dann sind das jetzt deine persönliche Botschaft und da starten wir mit Brigitte Inner Strength, move back to wholeness, recognize that you have the power, du hast die Kraft in deine Ganzheit hineinzusteigen, ja, das heißt irgendwas war oder vielleicht passiert, wo du dich nicht, ganz fühlst, ja, es ist auch unter anderem auch diese Entscheidung von dir selbst zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder zurück in meine Ganzheit, was braucht es dafür, damit ich wieder für mich in meiner Kraft stehe, ja, dann haben wir hier, Laka, Göttin der Pflanzen, wenn dein Herz sich öffnet, erwacht deine Intuition, spüre die liebende Verbundenheit mit allem Leben, wachse, gedeihe, erblühe, Göttin der Pflanzen, ja, also folge deinem eigenen Wachstum, passt ja vielleicht auch jetzt gerade zu dieser Woche, wo wieder ein bisschen Bewegung reinkommt und die ganzen rückläufigen Planeten langsam hinter uns bleiben, dann haben wir hier Earth, learning how to be human in the world, but not of it, ja, dich noch mehr erden, das ist ein schöner Impuls, dich noch mehr zu erden, ähm, und wirklich, äh, anzukommen auf dieser Erde, ja, dir aber trotzdem auch bewusst zu machen, du bist ein Starseed, ja, du hast, du kommst mit kosmischer Kraft hierher, ja, und es ist wichtig für dich, dich auf der einen Seite zu wissen, es ist okay, in der Manifestation, in der du hier bist, bist du einfach auch menschlich, ja, aber du hast halt eben auch diese galaktische Seite, die hinter dir steht, und diese Woche scheint es für dich wichtig zu sein, daran zu denken, I choose to be a super attractor and have unwavering faith in the universe, ja, das ist schön, auch hier wieder diese Entscheidung, dass du ein super attractor bist, diese Entscheidung, dass du das anziehen kannst, was du dir wünschst, ja, du bist, du hast unwavering, also ganz, wie sagt man, unerschütterliche, unerschütterlichen Glauben an das Universum. Aktuell leben wir einfach noch in einer Zeit, in der gerade der Glauben manchmal einfach, so wie es hier steht, diese Entscheidung ist, ich entscheide mich dafür, I choose, ich entscheide mich dafür, ein super attractor zu sein und unzerbrechliche Glauben zu haben an das Universum. Das heißt, für dich diese Woche ist es vielleicht zu gucken, warum du diesen Glauben nicht hast, ja, warum du dich nicht dazu entscheiden kannst, diesen Glauben zu haben oder eine schöne Erinnerung an dich, wieder dich in diesen Glauben hineinzustellen und zu sagen, hey, nochmal zu entscheiden, ich glaube daran, dass das Universum alles für mich macht. Schöne Worte sind das, schöne Karten sind das, ich glaube, das wird eine angenehme Woche, würde ich jetzt mal sagen, von dem, was ich hier so mitbekommen habe, ich hoffe für euch auch und ich glaube, das sind ein paar tolle Impulse, wie wir uns diese Woche anschauen können und ja, wie immer wünsche ich euch eine ganz, ganz wunderbare Woche, es war mir ein Fest mit euch und ich freue mich auf nächste Woche und ja, alle Infos findet ihr auf jeden Fall unter dem Video und ich wünsche euch eine ganz, ganz zauberhafte Zeit und wie immer, Surf your energy with, baby. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.